Ihr heutiger Kunde ist der Afghane, Nasud Karzari. Drei Monate Gefängnis, dann werden Sie ausgewiesen. Das ist Ihre letzte Mission, vermasseln Sie sie nicht. Ich will aber nicht nach Kabul. Pippi Kram. Keine Angst, der macht bestimmt keine Probleme. Er sieht ein bisschen so aus, ist aber ganz nett. Ich bin der Cousin von Bin Laden. Aufgrund eines kleinen technischen Problems müssen wir auf dem Flughafen Valletta auf der Insel Malta landen. In dieser Position, da schläfst du wie ein Prinz. Kasawi, der dümmste Flüchtling auf der Welt. 100% ausgeträgst. Hast du den Blut mal geschnappt? Ja, er ist da, aber ich bin jetzt auch gefangen. Sag das nochmal. Wenn Sie hören, dass du ein Mulle bist, wallah, bist du toll. Salam alaikum. Warum bringt ihr mich zu den Terroristen? Die Afghanen sind nicht alle Terroristen. Verzeih mir bitte, mein Bruder Taliban. Ich bin kein Taliban. Diese überaus charmante Frau hat mir ein Lokal verraten, wer es ausgesprochen schick und nett sein muss. Internationale Klasse. Die Musik aus, das ist meine Frau. Die Musik aus! Hallo Liebling, hörst du mich? Ich hab nichts getan. Ein schlimmster Sinn ist kein Betrug. Kasawi! Kasawi! Verspende ihn um. Wer war diese Schlümpel? Also, das weiß ich nicht. Time. It needs time. To win back! It ends now!